Hallo Yu-Gi-Oh! Freunde, es gibt Neuigkeiten von unserem Trader YouTube-Kanal und zwar werden wir euch den nächsten neuen Content in Form von zwei neuen Videobieken präsentieren. Zum einen haben wir das neue Thema Deck of the Underdog, da greife ich nochmal die inhaltlichen Themen von unserem zweiten Yu-Gi-Oh! Spotlight auf und möchte euch einige, eher vielleicht sogar unbekanntere Decks vorstellen. Ich werde auf einzelne strategische Aspekte eingehen und auch dort Abwandlung von einzelnen Decks vorstellen. Hier habt ihr die Möglichkeit euch Decks zu wünschen, auf die ich dann entsprechend eingehen kann und auch hier eventuell Varianten vorstellen möchte, die ihr vielleicht sogar noch gar nicht kennt oder die ihr vielleicht schon kennt, aber vielleicht noch nicht den ganzen Hintergrund verfasst habt. Ansonsten als neue Kategorie außerdem bieten wir demnächst an den Casual Guide. Hier werde ich grundsätzlich Regeln, grundsätzliche Regelfragen oder auch allgemeines zum Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel erklären, wie beispielsweise Spielmechaniken funktioniert, also wie beispielsweise eine Sublink-Beschwörung durchgeführt wird, worauf ich zu achten habe oder auch wie ich ein vernünftiges Deck zusammenbaue und mögliche Schwächen ausbügele. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und verfolgt uns weiter, um diese neuen Videos nicht zu verpassen und lasst auf jeden Fall einen Kommentar zurück, um wirklich diesen Kanal aktiv mitzugestalten. Bis bald!